Am Günter macht ich Saubertag sitz ich in meiner Wanne und bade weil mir gerade mal so ist volle Kanne Ich gucke an mir runter und ich denke, oh Mensch Günter Ich zieh doch nicht schon ein, doch wie das aussieht ist nicht fein Ich hab ne Speckwurst am Bauch, sag mal siehst du das auch Das sieht schon aus, man kann's gar nicht beschreiben Nie wieder an FKK oder in de Sauna Muss ich mich heut vor andern aussehen, lass ich's lieber bleiben Vergangenen Sonnab war's so weit, ich wollt mit ewig schnumpeln Das hat ich dir seit Wochen schon versprochen unter Kumpeln Ich mach auf Casanova und wir legen uns aufs Sofa Ich streichle ihr ins Knie und plötzlich denk ich, oh ey, was ist das denn? Du hast ja Adern am Bein, sag mal findst du das fein Das sieht schon aus, man kann's gar nicht beschreiben Nie wieder an FKK oder in de Sauna Ich denk das mit dem Schnüppeln lassen wir heut einfach bleiben Im Sommer waren wir mal am See zum Baden und zum Trimmen Ich schwitze in der Hitze und beschloss ich geh jetzt schwimmen Ich latsche so zum Wasser, plötzlich blägt irgendein Nasser Sieh dir mal schnell was an, der hängt zu viele Falten dran Du läufst hier rund wie schön gut, sag mal du denn das nöt Du siehst schon aus, man kann's gar nicht beschreiben Bei uns ist Schönheit gefragt, hat dir das keiner gesagt Wenn wir uns heute ausziehen, Alter, lass es lieber bleiben Da begann ich zu denken, wer tut mir denn was schenken? Jeder Fleck im Gesicht, jeder Finger mit Gischt Jede Bohre am Kinn, jede Falte mit Zinn Und jedes graue Haar find ich ganz wunderbar Hast du ne Falte am Bauch? Mensch, das hab ich doch auch Das ist eben so, man kann's gar nicht vermeiden Oder bist du viel zu dick? Vielleicht bringt dir das mal Glück Wenn's hart auf Rad kommt, brauchst du im Winter nicht zu essen Willst du dich ausziehen, na los, worauf fahrst du denn bloß? Was andere denken kann, wird doch egal sein Tut uns de Zeit auch vorin, Schönheit kommt immer von innen Kommst du mal in de Krise, dann entspann dich und genieße Ach nee Hast du das mal gerafft, brauchst du nie mehr zu meiner Gesprächskruppe Das heißt ja gar nicht, ähm Voran zu neuen Taten, auf den Spuren des 11. Plenums Was wollt ich denn eigentlich sagen? Beim Aldi gibt's is Kilo, Schwarzbrot jetzt wird 2,50 Mark Hä?